Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es das Video, was ich in der Lacky-Lacky-Lacky-Sie angekündigt habe, wo wir die ganzen Kinderfreunde von Moon umstylen. Denn, da die ja irgendwie alle dann wahrscheinlich generiert wurden, als ich gerade meinen Custom-Content verloren habe, müssen wir denen ja natürlich alle irgendwas geben, weil die sind alle nackig, also die haben dann keine Haare und sonst nichts. Und wir wollen natürlich auch, dass die hier vernünftig aussehen. Demnach, ja, ist das jetzt das Video hierfür. Und ich finde, dass alle sehr cool sind. Es war nur sehr teilweise spannend, sag ich mal, weil letztendlich hatten, ich glaube, zwei oder drei Kinder eigentlich schlecht, wo ich nicht davon ausging, dass sie das haben, weil der Name halt eben anders klang. Also, was natürlich kein Problem ist. Also, I don't fucking care. Aber ich war trotzdem ein bisschen verwirrt, weil ich es eigentlich ausgeglichen haben wollte, dass drei Mädchen und drei Jungs quasi in dieser Clique sind. Aber das ist jetzt, glaube ich, unausgeglichen. Aber YOLO-Modus. Hauptsache, Moon hat am Ende Freunde. Ich habe bei den Kindern immer die Vorlieben randomized, damit ich halt so ein ungefähres Bild hatte, was die vielleicht mögen könnten. Und sowas in die Richtung halt. Also, zum Beispiel halt, wenn jemand Rot mag, dann habe ich halt besonders viel Rot gegeben, weil das halt einfach realistisch ist. Und ich fand es hier auch sehr spannend bei dem guten Jericho, was übrigens ein sehr cooler Name ist. Der ist halt einfach Magier. Also, es ist spannend, dass wir hier auch, wie heißt das, also andere Okkulte mithaben. Ja, also, weil ich meine, Moon ist ja auch ein Vampir so. Und dann ist natürlich auch cool, dass wir hier irgendwie einen Magier oder so dabei haben, ne? Also, potenziell. Ich weiß, man sollte jetzt nicht unbedingt direkt hier davon ausgehen, dass sie hier alle mitten da daten und so. Aber potenziell könnte das ja unser zukünftiger sein. Imagine, wir haben einfach ein Pärchen aus einem Vampir und einem Magier. Das wäre schon cool. Also, bin ich ehrlich. Also, ich habe halt schon geschaut, dass es halt doch noch relativ kindlich aussieht. Also, weil ich tendiere oft dazu, dass ich die ganzen Sims, die ich erstelle, schon deutlich älter gestalte, als sie eigentlich sind. Also, sage ich mal, weil... Also, ich nehme halt so, was würde ich tragen so, ne? Aber ich bin 19 und das sind vielleicht 8-jährige Kinder. So, you know, also es passt jetzt nicht so gut. Ich habe teilweise gesehen, dass sie schon zur Hälfte durch sind mit ihren Kindertagen. Das ist natürlich ein bisschen kritisch, ne? Also, ich meine, an sich geht es noch. Vier Tage oder so ist ja noch in Ordnung. Das habe ich beim MNC Command Center dann immer gesehen. Aber trotzdem war ich jedes Mal so, ähääh. Dann müssen wir auf jeden Fall relativ zeitnah mit denen Zeit verbringen. Weil sonst funktioniert das mit unserer Freundesgruppe nicht. Aber irgendwer ist auch am selben Tag gealtert oder so. Da war nur ein Tag schon ein Kind. Das ist ja alles in Ordnung, ne? Also, da haben wir ja gar kein Problem mit. Also, ja. Wie gesagt, die Hauptsache ist, dass Moon am Ende ein paar Freunde hat. Und das wird sie auf jeden Fall finden. Also, ich finde, dass die Charaktere halt ziemlich cool sind. Und dass sie mit denen halt auf jeden Fall irgendwas unternehmen kann. Wie gesagt, es soll ja größtenteils eher so eine Lerngruppe sein. So, ne? Dass die zusammen Hausaufgaben machen. Und dann, ähm, ja, sich so ein bisschen anfreunden. Es soll jetzt ja erstmal nichts Besonderes sein, ne? Aber potenziell, wenn die Teenager werden, verbringen wir dann ja noch mehr Zeit mit denen. Und machen vielleicht auch exotischere Sachen, in Anführungszeichen. Ähm, wie zum Beispiel dann mal in den Club gehen oder sowas, ne? Also, da muss man natürlich dann schauen, inwiefern die sich dann auch wirklich soweit verstehen. Aber ich denke schon, dass das, hm, ganz gut wird. Also, wir werden wahrscheinlich den einen oder anderen, in Anführungszeichen, links liegen lassen. Aber wenn die sich jetzt hier mit dieser Evelyn gut versteht, dann werden die bestimmt auch später noch Freunde sein, ne? Und dann kann man die auch irgendwann später mal auf der Hochzeit mit einladen und so. Also, ich, ähm, man muss ja schon so ein bisschen in die Zukunft planen mit seinen Sims so. Gerade wenn man auf kurzer Lebensdauer spielt, kann man natürlich nicht kurz vor der Hochzeit noch kurz Freunde ranangeln. Also, kann man schon. Aber es ist dann natürlich schon noch knapper als eh schon. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Also, wir wollen ja schon, dass das hier alles passt. Ich fand's übrigens auch sehr spannend, von wem die Kinder sind. Ähm, also ich mein, wir hatten jetzt hier Daryl Charm als Vater und hier Eva Capaccioza. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber, ähm, ja, also, halt, das ist halt so richtige Townies einfach. Die Eltern sind von denen. Das ist halt so cool irgendwie. I love it very much. Also, da bin ich schon ganz ehrlich. Also, fand ich auf jeden Fall sehr cool, ne? Ähm, und hier von, bei Vanya zum Beispiel war ich sehr schockiert, dass das ein Junge ist. Ich dachte, das wäre ein Mädchen. Also, ich bin nicht hier, um das irgendwie zu verurteilen oder so, ne? Aber, ich, ähm, hab halt was anderes erwartet einfach. Und, ähm, letztendlich ist es natürlich trotzdem ein cooler Junge. Er ist natürlich dann mit den, mit der Brille gespawnt. Deswegen, hab ich ihm natürlich auch die Brille gelassen. Weil, ähm, ja, also, ich habe tatsächlich relativ wenig Brillenträger in meinen Spielständen. Obwohl ich selber eine Brille trage. Ähm, aber ich weiß halt genauso, dass es halt nervig ist. Und, dass man das dann bei, ähm, jede Kleidungsart auch dann immer neu eindiensten muss und so. Und dann, wenn die älter werden, muss man denen das ja dann auch neu geben und so. Und manchmal kann das natürlich schon ein bisschen nervtötend sein, so. Aber grundsätzlich, ja, fand ich es dann auch mal ganz cool, hier wieder einen Brillenträger mit drin zu haben. Und nicht immer alle nur ohne Brille rumzaufen zu lassen. Weil, das ist ja schon sehr unrealistisch. Weil, wenn ich so überlege, ich kenne schon sehr viele Brillenträger im echten Leben. Und, ähm, demnach sollte das dann im Spiel halt auch so sein, ne? Ähm, aber, I don't know. Es ist schon in Ordnung so. Also, ich schaue ja auch, dass wir hier möglichst inklusiv sind, ne? Also, wir haben ja auch verschiedene Kulturen hier drin. Wir haben jetzt ein lesbisches Pärchen gehabt und so, ne? Und ich finde es halt auch richtig schön, dass auf diesem Kanal, dass da dann, dass keiner hinterfragt, so, warum hat sie jetzt eine Frau, äh, geheiratet? Also, ein bisschen, weil sie sich mit einer Frau verlobt und mit einer Frau Kinder bekommen. Es sind alle so, okay, das sind halt dann die beiden Mütter, Mütter, Mütter von Moon. So, also, es juckt halt keinen. Das ist halt, das finde ich halt so schön. Auch generell in der Sims-Community, also, weil da eigentlich fast alle wirklich sehr, sehr offen sind. Ähm, ja, und gar nicht so hinterfragen, wenn irgendwas mal anders ist, so, ne? Und das finde ich halt, ich finde es toll. Ja. Ja, ich meine, meistens fühle ich, äh, ingame tatsächlich schon eine Hetero-Beziehung, so, aber trotzdem ist es für mich jetzt nicht komisch oder anders. Nur, weil ich jetzt ein lesbisches Pärchen habe, so. Weil, I mean, ich selber bin halt auch pansexuell, ne? Also, warum sollte ich damit ein Problem haben? Aber, ja, und das finde ich halt auch sehr, sehr schön, dass halt auch die Cis-Hetero-Menschen, die Sims spielen, dass die da trotzdem so sind, so, ja, und jetzt, also, wieso, ne? Also, die machen sich da gar keinen Kopf drum. Das finde ich halt so, so schön. Das liebe ich in dieser Community schon sehr. Und wer halt nicht so ist, der ist halt hier einfach nicht bekommen, ne? Also, oder dass sie nicht akzeptiert. Und, ja, das sollte auch jedem eigentlich so ziemlich bewusst sein, sag ich mal. Ja, gut. Und wir sind ja schon fast fertig mit den Umstarlings. Ich finde, sie ist auch richtig cool geworden. Also, ich finde alle richtig cool, to be honest, ne? Also, es ist schon spannend, Kinder umzustylen, bin ich ehrlich, ne? Also, auch privat habe ich gerade jemanden, die ist auch so cool geworden. Also, mit dem möchte ich auch auf jeden Fall später weiterspielen. Und, also, ich bin sehr ready dafür auf jeden Fall. Und, ja, also, ich weiß, dass das Video jetzt hier schon vorbei ist, aber ich wollte das jetzt noch kurz zu Ende erzählen. Deswegen. So, Leute. Ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal mehr sehen. Bis dahin und Tschüss! Tschüss! Sex